Das ist die Nachbarsmietzi und das ist die Flocke, die jetzt anpurscht. Die schwarze Haut ab. Du magst Rhythmitspielen da? Das geht dann hinterher. Schau sie an. Hast du Angst, Mietzi? Und du? Wie gehst du hin? Mal schauen, was die anderen da machen. Warten da. Komisch. So, jetzt geht's wieder weiter. Jo, doch nix. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's.